Für die Strecke Zürich-La-Shop-Fond, La-Shop-Fond, Zürich, Zürich-La-Shop-Fond suchen wir für die Betreuung unserer anspruchsvollen Kundschaft einen kritikgewohnten Fahrer für den gastronomischen Kleinwagen. Sie sind unser Mann, Schrägstrich Frau, wenn Sie Minibar-Erfahrungen aus der Hotelbranche mitbringen, eine Ausbildung im Bereich Freizeitvergnügen absolvierten, sowie Überkenntnisse unserer kleinen Auswahl an Spitzenweinen verfügen. Zusatzerfahrungen im Animationsbereich sind von Vorteil. Ein kleiner Scherz zwischendurch steigert den Umsatz. Bei effizientem Arbeiten ist ein kurzes Ausruhen in einem unserer bequemen Erstklasse-Abteile erlaubt, sowie auf 100 Kilometer ein voriges Sandwich der freien Wahl offriert. Mit dem Geschmacksvermögen Schwerpunkt Instant-Kaffee und abgepackte Lackereien verwöhnen Sie die Augen und den Gaumen der Fahrgäste. Sie haben außerdem ein Flair für Zwischenmahlzeitriegel und verfügen über eine rasche Auffassungsgabe. Wenn ein Fahrgast sagt, Bibberli, wissen Sie sofort, aha, Bibberli, untere Frontschublade hinten links. Wir erwarten von Ihnen eine ausgewiesene Beratungskompetenz bei unseren zwei Chips-Sorten und Sie verfügen über ein Gespür, zu welchem Zeitpunkt eine unserer wichtigsten Randgruppen die Kiffer unkontrollierten Heisshunger bekommen. Nach einem Fussballspiel zeigen Sie Belastbarkeit gegenüber Hooligans, falls eine bestimmte Biersorte in Ihrem Sortiment fehlt. Die Ausübung einer fernöstlichen Kampfsportart oder eine militärische Grundausbildung in Nahkampfabwehr ist für einen Railbar-Stuart von Vorteil. Haben Sie Spass am Reisen, Freude am Kontakt zu Menschen, lieben Sie es, Ihre Gäste zu verwöhnen, so bieten wir Ihnen ein einmaliges Arbeitsambiente. Aufstiegschancen für eine spätere Arbeit im Speisewagen ist nicht ausgeschlossen. Dehe. Deine. Deine. em abstraction. Deine. Untertitelung des ZDF, 2020